Die Originale hängen im Raum in einer labilen Position, zu der ich gleich etwas sage, und dahinter strahlen als eine Art Potenzial oder überbildhafte Seelenanteile, die bis ins Farbige hineinreichen, die hochkontrastierten Scans dieser Zeichnungen, die jetzt gerade entstanden sind und tragen sozusagen ihren Ursprung vor sich her, halten ihn hinaus in den Raum, in die Welt, diese brüchigen und teilweise fast unkenntlichen Zeichnungen, die teilweise auf sehr schlechtem Papier, sehr dünnem Papier, was keine große Weisheit hat, angefertigt sind und teilweise mit schwachem Bleistift, weil sie aus der Suche stammen und nicht aus der Geste, aus dem Hören und nicht aus dem Behaupten und der Aktion, sondern weil sie etwas suchen und diese Zeichnungen haben es verdient, dass sie in die Stärke hinein manifestiert werden. Darum diese Scans. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020